Bist du mich da? Nee, ich such für wen anders. Ich hab mich gerade gefunden, was kannst du von dir um die Ecke? Ja, das kann ich ja nicht wissen. Nein. Meine Güte, wer drümmert da nie die ganzen Fenster? Ach, das bist du! Na, der kam jetzt zum Hafen. Ja, natürlich, weil ich schon wieder da gespawnt bin, Mensch. Das ist wohl nicht euer Ernst. Nee! Da ist er! Guck mal! Ich muss ein Streamshot machen. Das ist lustig. Nicht schlecht. Das war jetzt sehr lustig. Gumpi, du legst dich genau bei mir vorne in der Hase. Ich wusste doch, wo du bist. Ich denk, wer ist das denn? Naja, ich wusste doch, wo du bist. Und dann hab ich doch geguckt. Aber nur leider ein Stück zu weit rechts. Schade. In der falschen Richtung hast du geguckt. Ah, Mist. Ich denke, hä? Gumpi kommt zu mir. Hat er mich so lieb? Diese Karte geht mir hier auf Eier, ne? Hallo! Oh, das ist ja auch wieder im Hafen. Ich bin hier gerade angekommen. Verpisst euch echt. Ahmet hat eine Abpreiskarte, glaube ich. Das ist diese Scheißkarte. Das liegt an dieser Scheißkarte. Ja, wenn man immer in Hafensburg... Nein. Nein. Nicht nur. Nicht nur. Wenn du hier gerade angekommen bist, weißt du, wo ich herkam? Aus dem Hafen. Ja, das ist das Scheißkarte. Mist, Kerl. Zu vormittags. Zehn Meter exakt abgemessen. Boah, Lexi. Nicht schießen. Ich gehe gleich raus. Ohne Scheiß. Bist du's? Nicht schießen, ich schieß nicht. Ich weiß doch nicht, wo du bist. Achso, dann bist du das ja nicht. Ich habe dich extra leben lassen. Ja! Gut. Aber der remt doch auch dorthin. Was ist das denn für eine Frage? Sieht man doch. Aber wie gesagt, ich habe meine Vermutung, Torben. Wenn schon so eine, ich sag jetzt mal, dämliche Frage kommt. Ja? Ja? Ich glaube auch, dass es denn so ist. So. Xaaba. Nein, Sissi. Was ist, was ist Sissi? Ah! Du kannst mir doch nicht erzählen, dass einer mit 2600 Stunden nicht selber nachgucken kann, ob hier das mit oder Team das mit ist. So was auf sowas antworte ich nicht. Und dann nochmal noch zu fragen, simple Frage auf Englisch, dann kann man sich denken, dass der Mann oder die Frau oder wie auch ne, ich schätze mal Mann auch Deutsch versteht. Wer war das? Ah, Rams, ich hab dich gehört, aber Rams stand nicht an seinem Lieblingsplatz, leider. Aua. Rams, ist noch da? Ach, ich wär Blöde. Ey, das gibt's nicht. Drei Schuss, vier Schuss, ist der Hammer. Lübe, 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 Lübe ist. Also mich hat keiner abgeschossen. Ja, wahrscheinlich absichtlich nicht. Weiß ich nicht. Nichts zu verraten. Ja, ja. Der Wachter Busch. Ach, weg mich. Ja, wann und wo bist du jetzt in Saskana gespawnt? Nein, ich bin aus dem Hafen angereist. Hörst du denn nicht zu? Ja, nein, ich hatte den Visier. Jetzt weiß ich nicht mehr, wer es war. Entdeckt hatte ich ihn. Was? 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 Ebenwen hab ich angekratzt. Vielen Dank. Vielen Dank. Marti kommt. Marti kommt. So schön. So schön. So schön. So schön. So schön. So schön. Oh, Torben, weißt du, was ich auch sagen muss? Nein. Wenn jetzt jemand, ich sag jetzt mal Level 50 ist, ja und diese 400 Spielstunden hat und mal angenommen, er hat 85 Errungenschaften, nur mal angenommen und dann im Multiplayer oder jetzt so wie jetzt hier diese Runde massiv schlecht spielt, dann glaube ich nie im Leben, dass er das so schnell schafft. Geht schon wieder nicht. Servus. 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 Moin. Das Panzer, ich grüße sie. Wo ist denn mein Erdnussfreund eigentlich? Er liegt schon wieder an derselben Stelle, wenn er ihn erschießen möchte. Ja, gerne, wenn ich dazu komme. Und der ist die ganze Zeit an dem. Und der ist die ganze Zeit an dem. Ja, gerne. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 rams bist du noch da klar haben es noch da der hat keinen wechselbonus gekriegt ist der dummert hier noch kalle du hast du schon kreuz ich war miene setzen gerade du schnarrer so er muss man die umgebung beobachten jetzt werde ich auf die miene vom rumpen rams oh shit favorite place favorite place sehr gut rams hat keine null mehr warst du auch da ich war auch da ja ja du warst auch da die frage ist was machst du ja ja ich wollte einen besuch abstatten kann man irgendwo einstellen dass man an seinem lieblingsplatz sport das wäre ja was das wäre das gehen würde und das würden dann alle gerne machen ich bleibe jetzt hier ist das zu blöd abend abend die ecke ist aber scheiße nicht ja leute wir lassen mich doch einfach in ruhe die ecke ist scheiße wo warst du denn ja also aus den hafen guckt ja ich habe ausnahmser siehst du war da wo er mich in der nähe abgeschossen hat ja ist doch scheißegal leute ist das ist so dämlich wie man sieht das tönt sich nicht an nein wenn dem hafen bis hallo nicht schießen aus dem hafen aus dem hafen raus wäre sie auch abgeknallt so jetzt kann ich gerne beschossen werden ich will ich nicht bereit ich werde hier unten in der ecke sitzen und fertig nachladen ich drücke die Messertaste und es passiert nichts spät wer nicht du musst doller drücken dann passiert auch was ach ja schon wieder du fehlst mich auch noch natürlich du weißt du ich habe immer sehr produktive Spiele ja ja so kenne ich dich mein Freund ja ja ist er tot der will hat ihn ja das machst du nur zwei mal und dann ist Schluss hat dich überhaupt die Mutti erlaubt noch so lange zu spüren ja die Fahrer ist wohl eher ob das deine Mutti erlaubt hat ja 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 ich muss morgen früh nicht zeitig raus ich ja 5 Uhr geht der Wecker und ich auch nicht haha 4 Uhr hoch Sollt ihr mir mal erklären was frühes Aufstehen ist? haha haha ja ja guck mich mal schneller hock da hock da hock da hock da hock da ok ist alle ah scheiße ist alle muss da nachladen devil eigentlich wollte ich dich messern ich dachte der schießt den mhm da kommen wir so nicht weiter mhm machen wir wieder aufben Weg zur arbeit wieder mhm 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 reiße wieso zückt er das messer nicht weiß ich nicht die taste ist schon die richtige nur die schnelligkeit ist hier ein bisschen so nicht ich hätte nicht schießen dürfen das haben wir vorbeigerannt ich bin über dich drüber gesprungen quasi weil die treppe da war ja quasi ne ja ja ich verliere nochmal einen spenden aufruf damit wieder hosen hast ohne löcher ja 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 Ach guck mal, jetzt ist das wieder da. Okay, fulg mal wieder. Das war's für heute. Na Kai, was stöhnst du gleich? Du bist kaum in Rönn und schon am Stülmen. Ich hab nicht gestöhnt. Ich dachte, die Ecke kenn ich irgendwo her. Das hörte sich an, dass wir ein Stülmen. Nein. Nein. Also, das ist so. Naja, hat oben durch die Ecke die Worte. Bis er was noch vorbeikommt. Ja. Richtig so. Ne. Ich glaub, da hat einer meine Mini über. Ich mach das nicht mal zu an. Kudos. Steig. Steig. Neiss серьез. Das war's. Die, dass du sagst, dass ich die Gläden lassen habe, ja? Ja. Hier seid ihr so richtig freut, ey. Wenn man so die ganze Zeit im Scope-Modus ist und wartet, dass der Kopf auftaucht und der Kopf taucht nicht auf. Nicht auf, ja, genau. Ey, ich beiß gleich ins Gras. Ich konnte auch nicht tacken. Ich habe nur einen gesehen, der sich hingelegt hat. Und jetzt warte ich eigentlich, bis sie wieder hochkommt. Aber es ist schwierig. Alter. Ja, der will die große von der Entfernung her, dass du da liest. Warum gehst du nicht weg? Ach, scheiße. Ich habe so gut gelegen, die Leitzentrale getroffen. Das war ein Mighty Boy, glaube ich. War das Mighty Boy? Ach, Leute, wisst doch. Oh, das ist nicht Flitzy's Card. Nee. Zurzeit heute nicht. Warum schickt eigentlich der Black Eagle dir immer die Videos? Ach, Mann, ey. Zur Analyse. Wem? Er hat ihn mal so gern. Wahrscheinlich. Wer schickt die Videos? Der Liebesverweis. Na, Black Eagle macht immer Videos, wenn er hier ist. Ach, Mann, ey. Und warum macht er das? Was ist denn? Er hat einen YouTube-Kanal. Solange er kein Ton da drauf hat, ist alles gut. Na doch, da ist Ton drauf. Da ist Ton drauf. Ha, scheiße. Zack. Oh, Alter, zu Null. Zwei Minuten drin und zu Null gewinnen. Wer was, ne? Ich wollte drei. Und keiner hat mich besucht. Bunker? Das kommt jetzt. Bunker? Ich will Bunker. No, Festung. Festung, Festung. Festung, Festung. Oh, Kacke. Ich will Werft, ich will Werft, ich will Werft. Dann gehe ich, glaube ich, auf Team. Ja. Wollt ihr Team? Ja, ich komme mit. Ja, ich komme auch mit nach Team. Ich auch. Gerne. Nein, rund. Okay. Klar. Ich komme mit einer oldu.